Hallöchen Leute, Servus. Ja, ihr habt lange Zeit nichts mehr von mir gehört und ich bin ehrlich, es steht zu befürchten, dass das jetzt nach diesem Video wieder eine lange Zeit ohne irgendwas wird. Es ist leider Gottes einfach die Uni, die mich so dermaßen in Anspruch nimmt, dass ich wenig bis gar keine Zeit habe für diese Dinge, die ich eigentlich so gerne mache. Aber naja, mal gucken, vielleicht ist ja irgendwann auch wieder etwas, etwas Besserung in Sicht, aber darum soll es in diesem Video gar nicht gehen. Und ich leite doch am besten einfach mal mit einem Tweet ein von Lilly, der mich gestern erreicht hat. Da schaut man eine Arte-Doku und plötzlich erzählt dort der Leity85 was zu seinem Eindruck von Videospielmusik. Huch, ja, ich bin im Fernsehen. Mama, ich bin im Fernsehen. Nein, also ernsthaft, bereits letztes Jahr, im August war das schon, das ist fast ein Jahr her, kam der deutsche Filmemacher, vor allem Dokumentationsfilmemacher und Grimme-Preisträger Michael Wende auf mich zu. Und ja, hat mich für ein Interview angefragt, da er eine Dokumentation über Videospielmusik machen will. Und ich war natürlich völlig perplex und habe mich natürlich aber auch riesig gefreut. Und natürlich habe ich dieses Angebot auch angenommen. Und diese Dokumentation, die ist jetzt schon gelaufen. Ich habe leider auch die Erstausstrahlung selber verpasst. Das war jetzt schon am 3.6. auf Arte, ist das Ganze gelaufen. Aber glücklicherweise gibt es im Fernsehen ja zum einen Wiederholungen und das Ganze läuft jetzt am 12.6. morgens um 5.05 Uhr. Ich weiß, blöde Zeit. Da läuft das Ganze jetzt noch einmal auf Arte, aber wir sind ja im digitalen Zeitalter und es gibt auch sowas wie Mediatheken. Und Arte hat eine Mediathek und dort kann man diesen Beitrag auch jetzt schon sehen. Und er wird in dieser Mediathek bleiben bis zum Moment 2.7.2018. Das heißt, ihr habt jetzt so einen guten Monat, bisschen weniger Zeit, euch das auf jeden Fall anzugucken. Und ich kann es nur empfehlen, ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Und ja, was gibt es zur Doku zu sagen? Also erst einmal kommen dort jede Menge Leute zu Wort. Und wie der ganze Aufbau gemacht ist, finde ich auch wirklich großartig. Als ganz besonderen Promi muss man hier auf jeden Fall Nuboe Uematsu betonen, der ja die Musik gemacht hat zu den ganzen Final Fantasy Spielen. Eine absolute Größe. Und das ehrt mich sehr, in einer Doku mit zu sein, wo auch er zu Wort kommt. Wir haben aber natürlich auch Benjamin Nuss dabei, einen hervorragenden Pianisten, der, by the way, mit Nuboe befreundet ist. Und er hat sich auch schon gegenseitig irgendwie Lieder gewidmet. Und das ist total lustig. Aber das wird in der Doku auch erzählt. Den Dirigenten Eckehard Stier, der die Final Fantasy Symphonie dirigiert zum Beispiel. Die, ich erzähle das auch gleich nochmal, so ein bisschen der rote Faden ist, der durch diese Doku führt. Dann haben wir Florian Füsslin dabei, der Audio Director bei Crytek. Aber eben auch Leute aus der Gaming-Szene, die eben, ja, die Rezipienten direkt, die mit Videospielmusik, die es dann nachher erleben können. Und da hätten wir aus den USA zum Beispiel Dark Pixel. Wir haben Darren und Laurel von Final Fantasy Union. Ja, und für den deutschen Raum sind es dann Honeyball und ich. Und das ist einfach, wow. Ich habe mich sehr gefreut. Und an der Stelle möchte ich, das darf nicht unerwähnt bleiben. Auch nochmal ein fettes Danke an die Honeyball, jetzt ja Honigball, oder Vollkornhonig, die Michael Wende auf mich aufmerksam gemacht hat. Und meine große Passion für Videospielmusik und eben auch, dass ich diese inzwischen abnormal große Sammlung habe. Und ja, er hatte zuerst sie interviewt und dann wohl gefragt, wer denn da noch so in Frage käme. Und dann hat, ja, Honeyball ihn auf mich verwiesen. Und ja, also auch nochmal Danke dafür, dass du mir das ermöglicht hast. Und ja, genau. Sonst dieser Ablauf der Doku, ich hatte es ja schon gesagt, wir haben diesen roten Faden durch die Final Fantasy Symphonie. Das ist so eingeteilt in fünf Parts. Und außerdem gibt es einen fiktiven Pixel-Art-Charakter, der, glaube ich, von Michael Wende selbst gesprochen wird. Ich hatte das Interview ja, ich hatte ja nur damals mit ihm gesprochen, aber ich glaube, ich glaube, es war seine Stimme, der jetzt also selbst so ein bisschen durch die Doku führt. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es absolut großartig, dass es auf Arte läuft. Und das ist eben ein, es ist also ein Gemeinschaftsprojekt von Arte und dem Bayerischen Rundfunk. Und Michael hatte mir erzählt, dass es höchstwahrscheinlich nach der Ausstrahlung auf Arte dann irgendwann später auch nochmal im Bayerischen Rundfunk läuft. Wenn das der Fall sein sollte, werde ich auf jeden Fall auch nochmal darauf hinweisen. Und ja, aber Arte und auch der BR, das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, dass das Publikum die Zielgruppe, die eher weniger mit Gaming zu tun hat. Und dass es jetzt genau auf diesen Sendern läuft, finde ich super, denn somit hilft diese Doku auch ganz aktiv dabei, ja, Videospiele und vor allem jetzt in diesem speziellen Bereich Videospielmusik mehr und mehr zu einem echten Kulturgut zu machen, was es für mich schon lange ist. Aber ihr wisst alle, in der Anerkennung, ja, haben die Games da häufig nicht leicht und das wird von, ja, gerade älteren Semestern dann doch irgendwo sehr belächelt. Und diese Doku macht einen ganz, hilft ganz massiv dabei, dieses Genre eben auch ernst zu nehmen. Und auch das macht mich wahnsinnig glücklich, dass ich jetzt eben auch ein Teil sein kann, davon Videospielmusik, ja, dabei zu helfen, es zu einem ernst genommenen Kulturgut zu machen. Ich könnte so viel mehr erzählen, aber ich würde sagen, wir hören an der Stelle einfach mal auf und ihr guckt euch das Video an. Ich denke, man merkt, ich selber bin wirklich sehr, sehr begeistert, wie schön diese Doku einfach geworden ist. Und, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr euch das anguckt und dann auch hier in den Kommentaren ein bisschen was dazu schreibt. By the way, lässt sich in der Mediathek, könnt ihr ebenfalls Kommentare schreiben, dann kriegt das vielleicht auch Michael Wende noch ein bisschen zu sehen. Und, ja, also, ich freue mich hier sehr über eure Rückmeldung und dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass auch ich es irgendwie gemanagt kriege, auch wieder mal ein bisschen was für YouTube zu tun. Denn, ganz ehrlich, ich möchte total und ich habe so Bock drauf und es ist so, ich meine, ich liebe die Uni. Ich bin gerne da und das macht mir Spaß, aber es macht mich doch sehr unglücklich, dass ich einfach keine Zeit mehr aufbringen kann, gerade hier für YouTube und für euch. Und das ist schade und vielleicht kriege ich das irgendwie gemanagt und ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Genau, so, dann bin ich sehr gespannt, was ihr zu der Doku sagt und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017